Hey Leute, ich wollte euch nur sagen, dass der King-Challenge jetzt nicht kommt, ich meine, ja, das ist jetzt nichts für mich, ähm, ja, ich bin noch zu jung dafür auf jeden Fall, also, naja, aber, ähm, an die Leute, die die King-Challenge sehen wollen, äh, fragt es jemand anderen, wenn ihr die King-Challenge sehen wollt, denn, ja, ich kann das jetzt nicht machen, ich meine, ähm, ja, ich werde das so, die Videos oder Streams als so machen, ähm, wie ich das immer mache, also, naja, also, sorry, äh, an die Leute, die die King-Challenge sehen wollen, ich meine, ja, ich werde das jetzt nicht machen, weil ich das nicht machen kann, weil das ist jetzt nichts für mich, ja, meine Cousine, meine kleine Cousine, auf jeden Fall, also, schicke mir die Ming-Challenge, ha, geil, auf jeden Fall, ja, also, wie gesagt, sorry dafür, ähm, ich meine, das ist jetzt nichts für mich, für die King-Challenge, also, ja, ich werde mir noch eine andere Challenge überlegen, also, naja, also, überlegt euch solche Challenges, was ich jetzt machen kann, so, die King-Challenge, also, die King-Challenge, also, das ist irgendwas für große, also, ja, ähm, fragt es jemand anderen, weil ich kann das jetzt nicht machen, wenn ihr die King-Challenge sehen wollt, also, ja, sorry dafür, auf jeden Fall, aber, ja. ... ...